als sie neu gebaut wurde ziemlich pünktlich ende 19 des jahrhunderts ende 19 des jahrhunderts das ist eine streckenverbindung genau nürnberg nach port die war pünktlich so vorne raus aus dem spawn ist live hopp hopp einer ist afg genau kommen sie sofort zurück das ist ein befehl sofort aufhören das nutella brot zu essen weiter mw spielen cookies zu sein oh ich hab sogar ein cookie auf meinem schreibtisch warum ist die man nicht da to be honest jeder der trifft kriegt einen orden hast du es jetzt nur deswegen gesagt weil ich keine muskete habe oder was teilweise aber es liegt auch daran dass es das regiment ist jetzt habe ich nicht nachgeladen video so das kommt in mir nach einfach reporten und blockieren weißt du aber hier geht das natürlich nicht rechtstaffeln freis feuer so modern ist das spiel nicht in diesem spiel gibt es auch gar kein report system anti-cheat oder was weiß ich so meine herren wir werden jetzt einmal schießen und dann werden wir nach rechts rennen weil wir nämlich diese flanke nicht gegen diesen riesen blub halten werden so sobald geschossen halbrecht marsch so rechts vom fläger staffeln rechts vom fläger staffeln general im general erschossen habe ich wirklich den offizier getroffen so die schießen jetzt weniger saftig fläger geh mal zum mw dass die leute respawn der rest rennt weiter und links von mir hier halten nachladen darf jetzt hier nach nein kroma komm her kroma ich ist befehl zur weigerung so und jetzt wo die band wieder vereint ist das soll die third charge einfach rein die denken sich einfach wir machen das okay rechts vor halten 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 halb links mir nach das sind schon kavallerie tickets ja tatsächlich weniger wert als wir aber ja insgesamt hinter mir halten halb rechts freies feuer ich dachte die werden drei oder sogar sechs nein die sind vier nein wir sind vier die sind zwei und dann hat sich das das pk so verteidigt das ist der falsche basti so basti du musst du die frage verteidigen du musst du derechen kontaktieren du musst du nicht erteidigen ruhe 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 naja wir kriegen sie dafür danach Ja echt so, das ist sogar ein 33rd Pferd, also das, äh, 33rd sind die richtigen Antimedes eigentlich. Oh, da kommt das 33rd, vielleicht kriegen die unsere Folge zurück. Ja, doch, das können sie schaffen. Nein, nein, nein. Doch, ey. 33rd zur Rettung. Jetzt mach doch was. Ach, da ist noch einer. Der macht das. Oh, das ist zu Ganda. Go, Ganda. Ich hab's denen gerade in der 33rd Gruppe geschrieben. Oh mein Gott. Nein, nein. Wir müssen uns an den Teil erinnern, wo sie die Flagge gerettet haben, nicht wo sie sich angestellt haben, weil sie nicht verstanden haben, wie es klappt. Oh, oh, oh. Sie kommen jetzt für mich dann. Ja, aber die müssen das maunen. Ah. Ah. Hey. Dankeschön. What the fuck. Da hat er kein Pferd, da hat er kein Pferd. Ah. Okay, mir nach, mir nach, mir nach. Ah. Oh Gott. Du hast den Pferd gerettet, aber dann erst mal so 10 Minuten in irgendeine Richtung rennen. Oh Gott. Wie die den einfach abgestochen haben. Da hat er kein Pferd. Was tut das Gewicht? Ja, das ist ein Pferd. Aber es ist trotzdem ein schönes Bild beim Spawn. Das erste, was man sieht, ist wie der Typ, der gerade 10 Minuten lang mit der Flanke und Delayed hat erst mit Kehle aufgeschnitten wird. Oh boy. Wie die einfach ihren eigenen Typen hin. In den Staffeln. Wir hätten uns einfach fragen müssen. Wir hätten den wohl gerecht exekutiert. Genau. Leichtinformation links von mir halten. Freies Feuer auf die gegnerischen Highlands. Hartmann nicht dropieren. Gott, ich bin der Kaiser. Warte. Nein, habe ich nicht. Hier, jetzt. Oh, danke schön. Das lag da einfach rum. Das ist ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Wurde übrigens von einem Sold abgezogen. Jetzt darf ich nur nicht erschossen werden. Ich weiß jetzt nicht, warum das da lag. Irgendeiner hat das wohl gedroppt, aber... Mögest du gesegnet sein. Möge dir alle gesegnet sein von der Flagge. Der Shot kommt übrigens auch noch demnächst raus. Hartmann wie er durch die Linie geht und sagt, mögest du gesegnet sein. So ein Priester. Und wo dann einfach Simon kommt mit, kannst du die Scheiße mal lassen? Reicht auf die Linie. Weihnachtsmetall wird Ihnen präsentiert von Josef. Josef Hartmann. Echt so. Reicht auf die Linie, reicht auf die Linie. Hartmann, kannst du deine Flagge etwas mehr nach hinten tun? Weil wenn ich in der Third-Person schaue, ist sie genau vor meine Kamera. Also wirklich so genau davor. So. So, das gesamte Freizeit war halten. Halb rechts ist mir nach. Sobald nachgeladen. Das heißt, die noch laden müssen, dürfen ruhig stehen bleiben. Da ist schon wieder deren Zepper am Werkeln. Alter, Fox jetzt nicht anfangen hier mitnimm. What the fuck. Hehehe. Er hat den Befehl erst später kapiert. Ich habe direkt ausgeführt. So. 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 Das gesamte... Vielleicht kamen diese Leute nicht dabei. Vielleicht kamen diese Leute nicht dabei. Die haben die... Ich vermute mal, die haben mehr als drei kombinierte Gehirnzellen. Links schaffeln. Das sollte reichen. Leiteste Formation links von mir. Halten. Preisfeuer. In die Flanke da. Ah, zu tief. Neben der Flanke. Na, ich bin der Meinung, da hat jemand mindestens einen Hit gemacht. Also wir haben uns an einen Teil geleistet. Der Glaube ist da, ne? We did our part. Ich habe einen Hit gemacht. Emotional Damage. Emotional Damage. Emotional Damage. So. Versuch den einen im Nahkampf da mal zu retten. Ich glaube wir müssen weiter nach vorne. Ja, glaube ich auch. Wir warten noch, dass er den einen totet. Oh, nice. Guter Schussbox. Tatsächlich, ja. Freies Verhalten, freies Verhalten. Das kommt in gesamte Front. Vorwärts. Jawoll. Ich fühle mich gerade wie League of Legends. Ich habe ihn einfach nur links in den Staffeln. Wie hat er erschlagen? Kick. 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 Ein Dritt. Ein Reihen, Halbreiß, Marsch. Ein Reihen, Halbreiß, Marsch. Ein Reihen, Halbreiß, Marsch. Weiter, weiter. Warum? Ich weiß nicht warum, aber ich habe so fest damit gerechnet, dass wir jetzt schießen. Ich habe einfach gehört, was ich hören wollte. Tatsächlich, wenn ich zum Beispiel beim MHR mitmache und die dann irgendwann Staffeln sagen, oder auch beim ersten MB, staffle ich manchmal schon im Voraus, weil ich einfach weiß, dass es kommen wird. Links Staffeln und links von mir halten auf die Fläger schießen. Nur auf die Fläger ziehen. Nur auf die Fläger, nur auf die Fläger. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben die keine Tickets mehr und jetzt werden wir einfach gesamt chargen. Cool. Ja, die haben halt noch zwei Spieler. Also...